Heute geht es um das Thema, was hat Gott sich dabei gedacht? Hast du dich das in deinem Leben auch schon mal gefragt? Ich freue mich, denn ich habe heute einen Gast in meinem Podcast, lieber Armin. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ja, du hast das Thema gehört. Hast du dich das in deinem Leben auch schon mal gefragt? Was hat Gott sich dabei gedacht? Bestimmt habe ich mich da nicht, also nicht eine konkrete Situation. Aber meistens ist das ja, dass man sich in Krisensituationen das fragt, oder? Also einmal, wie konnte Gott das zulassen oder was hat Gott sich dabei gedacht? Ja, in Krisensituationen. Aber weißt du, ich habe mich damals als Kind gefragt, wie sieht das wohl aus, wenn die Erde ja rund ist? Ja. Und wir mit unseren Häusern und allem darauf leben und auf den Straßen, mit den Autos, wie wir fahren, wie geht das? Das habe ich mich gefragt. Hast du dir die Frage nie gestellt? Da muss ich jetzt nachfragen. Meinst du, wie geht das, dass das alles funktioniert? Auch. Oder wie geht das in Bezug auf Gott, dass Gott den Überblick behält? Das sind beide super Fragen. Manchmal frage ich mich aber, hat er wirklich den Überblick über alles, was hier so passiert? Deine Frage finde ich auch sehr gut. Aber ich habe mich eher gefragt, wie geht das, dass die Häuser nicht umkippen, dass die Autos fahren. Weil die Erde rund ist, meinst du? Genau, weil die Flugzeuge ja fliegen, die Autos darunter fahren. Also ich habe mich als Kind in der Tat gefragt, wie das geht. Weißt du, es fahren Autos, es fahren Straßenbahnen, es fliegen Flugzeuge, die Menschen gehen arbeiten. Es passiert so viel gleichzeitig auf der Erde. Komm, hast du dich auch gefragt. Bestimmt. Aber ich weiß es nicht mehr. Also habe ich mich bestimmt gefragt. Also ich glaube, am eindeutigsten ist es immer, wenn man sich vorstellt, was ist auf der anderen Seite von der Erde, wo ich ja gerade bin. Also wenn ich aufrecht gehe, ob die auf der anderen Seite kopfüber stehen. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Warum bleiben die auch? Für die sind die ja dann wieder aufrecht und ich auf dem Kopf. Also solche Gedanken bestimmt. Aber ich erinnere das nicht, dass ich das so, ob das in dem Zusammenhang mit, dass so viel fährt oder fliegt oder Menschen unterwegs sind, habe ich mir in dem Zusammenhang nicht die Frage gestellt. Man kann sich die aber, finde ich, sehr gut stellen. Die Frage, wie lange geht das noch gut? Also wie viele Menschen verträgt die Erde? Wie viel geht da insgesamt noch? Und wie lange geht das so noch gut? Das stimmt, aber… Und die Frage ist, da geht es überhaupt. Das wäre eine extra Podcast-Folge, glaube ich. Darüber zu reden, das wäre eine extra Podcast-Folge und ich glaube, das Thema ist ja ganz weit ausdehnbar. Ich habe mich dann aber auch gefragt, wie du gesagt hast, in Krisensituationen, was hat er sich dabei gedacht? Heute weiß ich, okay, er hat sich dabei gedacht, wir schleudern die Alexandra mal in eine Krise rein. Dann hat die so ganz doll Aua und kann aus dem Aua lernen. Und die Heilungsphasen wusste ich irgendwie als Kind oder Jugendlicher nicht zu deuten. Kann man mal so sagen. Also die Entwicklungsphasen, den Lernschritt auszuziehen. Genau. Das wusste ich nicht so zu deuten. Dann kam es aber ja dazu, dass ich so Impulse hatte, Intuition, Stimmen gehört habe oder irgendwie im Herzen gefühlt habe. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich mit allem ein bisschen überfordert war, weil ich mich wieder gefragt habe, was hat sich Gott dabei gedacht? Und dann habe ich mich gefragt, ob er wohl ein System erschaffen hat. Also es gibt ja überall Systeme, Strukturen, Ordnungen, wo ich als Kind ja gar keine Ahnung von hatte. Was ich auch erst so im Laufe des Lebens begriffen habe. Heute mit 54 Jahren weiß ich, okay, es gibt eine systemische Ordnung, es gibt eine Ordnung, es gibt eine Struktur. Und wenn wir das alles mal so zusammenfassen, habe ich mich auch gefragt, ergibt das dann wohl Sinn für jeden einzelnen Menschen? Kannst du mir noch folgen? Ich glaube ja. Also die Frage kam mir gerade, wo du gesagt hast, schicken wir Alexandra mal in eine Krise. Das würde ja heißen, dass es wirklich für jeden irgendwo entweder einen Plan gibt oder jeder beobachtet oder gesehen wird. Also in meinem heutigen Verständnis, auch durch, sei es Literatur, Gespräche mit Gott oder was Gott will, gibt es ja auch das Buch, wo sich auch Menschen darüber Gedanken gemacht haben oder bei Gesprächen mit Gott, wo ja dann das so dargestellt wird, als wenn sich eine Person mit Gott unterhält und Antworten auf all die Fragen bekommt, dass es ja in erster Linie darum geht, in allem, was wir tun, die eigene Verantwortung zu sehen und die Verantwortung auch zu übernehmen für alles, was uns begegnet. Und demnach wäre es dann ja für mich erklärbar, weil die Fragen da ja auch drin vorkommen, warum lässt du Naturkatastrophen zu, warum lässt du Kriege zu, dass das alles Lernschritte sind. Und ich finde, das ist dann eins, darüber zu reden, das andere, und das meinte ich vorhin, wenn man unmittelbar betroffen ist von etwas, dann kann und will man ja nicht unbedingt den Lernschritt darin sehen. Erstmal nicht. Dann ist man ja erstmal wirklich erschüttert oder von der Situation so sehr vereinnahmt, dass es, glaube ich, dann leichter wäre zu sagen, wie kannst du das zulassen oder was hast du dir dabei gedacht? Wenn man da durch ist und rückblickend sich selber auf die Schulter klopfen kann, wie toll man da durchgekommen ist, kann es sein, dass die, will ich mich auch nicht von ausnehmen, aber kann es schon wieder sein, dass man vergisst, versäumt, zu sagen, dass da vielleicht auch höhere Kräfte zu beigetragen haben, dass es gut ausgegangen ist. Gut, wenn uns etwas begegnet, was irgendwie nicht so schön ist, dann hat sich ja jemand anders auch entschieden, das zu tun, was nicht so schön ist, wenn wir jetzt mal die äußere Einwirkung, manchmal kann man ja nichts dafür dann, dann können wir jetzt auch reden, okay, du bist gerade zufällig da, hat das einen Sinn und 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 und, vielleicht können wir auch alles auseinander nehmen. Und worauf ich heute so ein bisschen hinaus will, ist die Entwicklung der Menschen, das Leben hier auf der Erde, also das Erdenleben ist ja so ein bisschen auch dazu da, um zu wachsen. Und das, was uns so begegnet im Leben, unser astrologisches Bild, wo wir gerade sind, da habe ich mich gefragt, was das für einen Sinn hat, wie wir das wiederfinden und was wir tun können, damit wir als Menschenseelen so einen roten Faden haben oder so einen Plan haben, was können wir tun oder wo wir uns, also wie ein Seil, wo wir uns daran festhalten können, was so ein bisschen sicher macht, aber natürlich die Arbeit an uns selber müssen wir ja selber tun auch. Und ich habe mich gefragt, wenn wir mit, also bei mir ist es ja so, dass ich mit geistigen Ebenen kommuniziere mit dem Reich der Engel, der Sternengel, der Planetenengel, den Hütern, also es gibt ja verschiedene Arten von Hütern. Und ich habe mich oft gefragt, wo kommen die her, wo sitzen die, warum kommen die gerade nach vorne, reden wollen, etwas sagen und warum ist das so? Und im astrologischen Bild, je nachdem, wenn wir die Transite auslesen oder ich, dann spüre ich schon, dass eine bestimmte Form von Engeln nach vorne kommt. Oder ich weiß nicht, ob, wenn du ein Thema hast mit dem Thema Engel, dann ist es das Licht, das Universum, die Schöpferkraft. Und ich habe mich in der Tat gefragt, ob das alles eine Ordnung hat. Und das hat es ja, wenn wir die Astrologie betrachten, hat es eine Ordnung. Wenn wir Human Design betrachten, da gibt es auch eine Ordnung. Und das ist das, wo ich mich dann auch gefragt habe, was hat sich Gott dabei gedacht? Er muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Und dann bin ich auch in dem Gedanken verharrt, okay, Gott wird ja nicht alle mit dem gleichen Beruf auf die Erde geschickt haben. Gott wird ja wahrscheinlich, wenn wir Menschen miteinander leben, untereinander leben können, sollen, müssen, miteinander klarkommen müssen, hat er ja eine unfassbare Vielfalt zur Verfügung gestellt. Und die Menschen haben mit ihrem Geist ja so viel erschaffen, dass ja für jeden genug da ist. Da wäre, ja. Konjunktiv, weil es ist ja nicht gleich verteilt. Genau. Ja, warum ist es nicht gleich verteilt? Weil auch da mit Sicherheit Macht und Ohnmacht Themen oder Schatten mit eine Rolle spielen, dass manche Menschen für sich mehr in Anspruch nehmen oder das als Selbstverständnis nehmen oder bereit sind, dafür zu kämpfen, um sich zu bereichern. Und entweder den Weitblick nicht haben, dass es dadurch anderen Menschen schlechter geht. Ich glaube einfach, wie bei vielen dieser Filter fehlt, uns alle als gleich anzusehen, sondern dass sich manche Menschen per Definition ihrer Position, die sie haben oder wodurch auch immer, also das kann psychologische Gründe haben, das kann karmische Gründe haben, um sich dazu berufen fühlen, Größeres in ihrer Weltsicht zu erschaffen und das ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen. Jetzt gibt es ja Menschen, also es gibt Menschen, die verdienen unfassbar viel Geld und es gibt ja Menschen, die verdienen gar kein Geld. Ja. Was meinst du, woran das liegt? Also das ist mit dem Verdienen, finde ich vom Wort her, da habe ich mich jetzt gerade schon, verdienen ist dann eine Frage von bekommen oder erhalten viel Geld für das, was sie tun oder verdienen sie viel für das, was sie tun? Also das wäre schon wieder fast eher philosophisch, weil dann wäre die Frage, gibt es Tätigkeiten, die keinen Lohn verdienen, also die keinen Ausgleich verdienen? Gibt es die? Ich denke nein. Ich denke auch nein. Es ist mir aber wichtig, die Frage einfach mal in den Raum zu werfen, dass jeder Mensch einfach auch mal darüber nachdenkt. Was hat das gerade für einen Sinn in meinem Leben? Was ist der Sinn in meinem Leben? Und wenn du unzufrieden bist, dann heißt das, du verspürst keinen inneren Frieden. Was kannst du dann tun, damit du inneren Frieden fühlst? Und wenn wir so die Fragen im Kopf haben, ist da ja ganz schön viel los. Also bei mir ist da manchmal ganz schön viel los in der Fragestellung an die geistige Welt. Also ich bin noch jetzt bei dem, was du gerade gefragt hast. Es gibt Menschen, die viel erhalten oder viel bekommen oder sich viel nehmen, kann man ja auch so sehen. Und es gibt welche, die nicht in der Position sind, sich ausreichend zu nehmen oder ausreichend für das zu bekommen, dass sie da sind oder für das, was sie einbringen. Dann gilt ja das sogenannte Leistungsprinzip, dass man sagt, wer viel tut, kann auch viel dafür verlangen und kann auch viel dafür bekommen. Es gibt Angebot und Nachfrage. Das heißt, wo eine hohe Nachfrage ist, kann ich dementsprechend mit dem Preis nach oben gehen, wenn die Ware oder die Dienstleistung nicht genügend verfügbar ist. Also all das sind ja Marktregulatorien, die sich auch über Jahrhunderte, Jahrtausende durchgezogen haben im Handel. Aber es hat sich auch immer irgendwie die Macht oder das Recht des sogenannten Stärkeren durchgesetzt. Dass man gesagt hat, wenn wir die Waffen haben oder irgendwas und die anderen haben unterentwickelte Waffen oder können dem nicht standhalten, dann nehmen wir doch einfach das Land von denen und lassen die für uns arbeiten, versklaven die. Oder binden die in unsere Dienste ein und dann können sie froh sein, wenn sie mit dem Leben davon kommen. Und wer nicht spurt oder nicht pariert, das ist ja selbst heute noch so, hat sein Recht zu leben verwirkt. Und das ist ja krass. Das ist ja krass, wenn man sagt, wir sind alle von der gleichen Art im Grunde. Wir sind alle als Menschen hier. Dass es da Menschen gibt. Also das finde ich so unvorstellbar, dass es Menschen gibt, die diese Macht ausüben, anderen das Recht aufs Leben zu verwirken oder abzusagen und sie umzubringen oder umbringen zu lassen. Sind wir nicht mehr ganz bei dem Thema mit wer verdient was, aber es hängt ja mit Machtsthemen zusammen und das ist dann ja Licht und Schatten. Und da sind wir dann wieder bei Energien und bei geistigen Themen auch, wie krass polarisierend diese Themen sind. Das ist ja nicht nur, die Sonne dreht sich einmal am Tag oder die Erde dreht sich einmal am Tag um sich selbst einmal in 365 Tagen um die Sonne. Es wird hell, es wird dunkel. Je nachdem, wo man lebt auf der Erde, gibt es Zonen, wo die Sonne nicht untergeht in bestimmten Phasen des Jahres oder wo es nie hell wird in anderen Phasen des Jahres. Das ist das, was wir, glaube ich, nachvollziehen können. Und wir sind auch alle mit Gewalt in irgendeiner Form aufgewachsen. Und Gewalt ist ja eine Ausübung von Macht. Oder einen fehlenden Gegenpol, der verhindert, dass jemand in diese machtvolle Position kommt. Weißt du, das wäre jetzt eigentlich so ein Moment, wo ich sagen würde, cut, cut, lass uns die Podcast-Folge stoppen. Ich muss erst mal ein bisschen sortieren. Ja, lass uns doch zusammen sortieren oder sortieren. Ja, ja, ich höre ja jetzt die Podcast-Folge nicht auf. Ich sage ja nur, das wäre normalerweise so, weil mir so viele Gedanken jetzt gleichzeitig im Kopf abgehen. Genau. Und es so viele Themen gibt, wo wir als Menschen drüber reden können, sollten. Und dass die Menschen ja jetzt hingehen in den Themen und ja Interessen haben. Also der eine redet gerne darüber, der andere darüber, der andere darüber. Das, was bei mir immer so im Kopf war, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt selbstständig bin. 23 Jahre. Also ich frage es immer, ja genau. Ich habe auch schon mal vier Jahre hintereinander gesagt, ich bin 19 Jahre selbstständig. Aber es sind 23 Jahre und ich habe mich am Anfang gefragt, ich hatte so das Gefühl, die göttliche Kraft, die Schöpferkraft ist das Höchste, was es gibt. Das Mächtigste, was es gibt. Und alles andere darunter hatte bei mir nicht so viel, wie sagt man das? Platzraum. Platzraum, genau. Stellenwert. Stellenwert, genau. Und dann habe ich mich oft gefragt und wenn ich mich mal so umgeguckt habe vor 23 Jahren oder vor 21 Jahren, warum haben gerade die Menschen, die mit der Kraft arbeiten können und sich dazu entschieden haben, so wenig Geld? Warum ist das ein beruflicher Bereich, wo immer gesagt wird, aber das ist doch eine Gabe, da kannst du auch kein Geld für nehmen. Habe ich ja selber auch sehr oft überlegt. Und wenn wir jetzt mal so alles zur Seite schieben, worüber wir reden könnten und sicherlich auch noch reden werden in manchen Podcast-Folgen, möchte ich jetzt so ein bisschen auf unsere Arbeit zu sprechen kommen, warum haben wir uns entschieden, das zu tun, was wir tun? Also warum hast du dich entschieden für Herzkanal? Warum hast du dich entschieden, warum hast du dich ausgerechnet für Astrologie entschieden? Soll ich jetzt was dazu sagen? Ja. Okay. Es ist ein Prozess. Also es ist ein Prozess. Es ist ja nicht, dass ich eines Morgens wach geworden bin und gesagt habe, das ist jetzt meine Berufung, sondern es hat sich dahin entwickelt. Durch Unzufriedenheit in früheren Lebensphasen, durch ein schon frühes Interesse dafür, aber nicht so richtig pack angefunden zu haben, weil auch das in meiner Kindheit und Jugend Astrologie auch eher schon so belächelt wurde. Oder naja, gut, dann kaufst du dem Kind halt ein Buch dazu und dann kann man das lesen. Plus also viele Themen, also alles, was mich ausmacht, was meine Persönlichkeit ausmacht, was meine Herkunft ausmacht. Ich glaube, da läuft dann alles zusammen. Also die Entscheidung, überhaupt Schule zu beenden. Ich hatte in der Schule eine Phase, als meine Freunde, die Realschule gemacht haben, gleich alt waren, in der zehnten Klasse abgegangen sind oder früher teilweise in Ausbildung gegangen sind, ihr erstes Geld verdient haben. Ich war auf dem Gymnasium, hatte nicht das Geld durch Arbeit, durch Jobs, ja, aber ich hatte da so eine Krise mit mir. Hätte also da fast die Schule beendet, habe es aber irgendwie weitergemacht. Warum? Ich wurde nicht dazu gedrängt, aber habe dann weitergemacht. Dann ging es zum Ende der Schulzeit hin, Abitur so eher wenig rühmlich abgeschlossen. Was machst du jetzt? Also wo geht jetzt dein Lebensweg, deine Arbeitsreise? Was macht man da? Auch da mich teilweise an meinen Eltern orientiert, also Staatsdienst oder Bankwesen. Was kaufmännisches, dachte ich, liegt mir, weil ich im Handel gejobbt habe die ganze Zeit. Und es war überhaupt nicht aus Überzeugung, sondern auch vom Kopf her die Entscheidung, also ein duales Studium dann zu machen. Und so ist das, viele Entscheidungen führen eins zum anderen im Laufe des Lebens. Dann der Wunsch, aus der Heimatstadt wegzugehen. Das heißt zum einen auch mich beruflich umzuorientieren oder um orientieren zu müssen, sondern dann auch räumlich oder örtlich mich umzuorientieren. Also so ist es ja eine Kette von Entscheidungen, wo ich jetzt rückblickend, das ist ja immer ganz spannend, so einen rückblickenden Lebenslauf mal zu machen. Mit welchen Menschen hatte ich zu tun, als ich die Entscheidung getroffen habe? Wer hat mir da Rat gegeben? Wer stand mir da zur Seite? Durch wen habe ich wen kennengelernt? Und das finde ich spannend, rückblickend im Leben. Und so könnte man rückblickend auch sagen, alles hat seinen Sinn, wie es ist. Dass wir zwei hier heute sitzen, dass wir zwei uns heute, oder dass wir zwei uns kennengelernt haben vor 26,5 Jahren. Und dass wir zueinander gefunden haben, dass wir uns irgendwann zusammen entschieden haben. Du warst lange selbstständig. Bei mir war das ja auch ein Prozess, den du ja dann sehr nah aus deiner Perspektive miterlebt hast, wenngleich ich sicher zu der Zeit noch viel mehr Schwierigkeiten hatte, mich mitzuteilen oder Gefühle zu äußern oder mein Unwohlsein in sinnvolle Sätze zu bringen. Das war ja eher durch ein Verhalten, was du gemerkt hast, dass ich mich zurückgezogen habe, vielleicht nicht ansprechbar war oder keine Ahnung, wie es für dich gewesen ist. Aber es ist nicht ein klarer Plan, den ich als Kind, als Fünf- oder Sechsjähriger getroffen habe, zu sagen, wenn ich mal Anfang 50 bin, dann sitze ich mit meiner Frau zusammen. Das hast du nicht? Nee. Schatz, bin enttäuscht. Ja, ich habe eine gemeinsame Firma, in der wir Menschen beraten oder Menschen helfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen und Orientierung im Leben zu finden und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es macht alles Sinn, wie es heute ist, finde ich. Es entwickelt sich immer weiter, es hat sich dahin entwickelt. Und da sind viele bewusste Entscheidungen dabei. Aber es ist ja auch immer nur die Entscheidung, konnte ich immer nur im Moment treffen. Also ich konnte nie sagen, wo führt das Ganze hin, wenn wir das machen. Und auch mit der Gründung von Herzkanal vor neun Jahren, die Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen. Denn gleich Herzkanal ja erst mal nicht das war, was es heute ist, inhaltlich dann mehr und mehr geworden ist. Alleine die neun Jahre waren ja ein enormer Prozess, den wir zwei miteinander im Leben, im Arbeiten, auf allen Ebenen auch. in allen Bereichen miteinander erlebt, durchlebt haben, wo auch viele Entscheidungen zu Erkenntnissen geführt haben, zu Lehrstunden geführt haben. Also wir haben ja auch viel uns selber, aber auch Prozesse verstehen gelernt und tun es ja noch heute. Du hast gesagt, das Leben in den Griff bekommen. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir im Laufe unseres Lebens das Leben in den Griff bekommen müssen, weil es zwischenzeitlich ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und da ist es ja immer sehr gut, wenn das Leben so ein bisschen aus dem Ruder läuft, dass man so einen Kapitän vielleicht hat, der das Schiff irgendwie gut und sicher an den Hafen bringt. Und wenn ich jetzt nochmal so, was hat Gott sich dabei gedacht mit allem, wenn ich auf den Gedanken zurückkomme und man wird ja jetzt gehört haben im Podcast, wie wir beide uns manchmal unterhalten oder dass wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen und einfach irgendwo nicht abdriften, aber dass im Gespräch einfach auch so viel drin ist, was man auseinandernehmen kann, dann komme ich wieder zurück auf, was hat Gott sich dabei gedacht und gibt es da ein System? Wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, dass ich mich gefragt habe, wieso dürfen eigentlich die Menschen, die im heilerischen Beruf oder im Beruf der Medialität arbeiten, wieso sind das die Menschen, die oft so einen mangelnden Selbstwert haben und kein Geld für die Arbeit verlangen oder sich einfach klein machen, obwohl sie mit so einer unfassbar tollen Energie arbeiten? Hast du eine Erklärung? Auch schwierig, also auch jetzt nicht die richtige Erklärung, aber eine Erklärung dafür ist es ja im Moment gerade sehr in der Öffentlichkeit, das Thema. Ja, also jetzt schwerpunktmäßig das Thema Astrologie nehme ich so wahr, vor war es Naturheilkunde, aber jetzt im Moment ist ja durch journalistische Beiträge oder Fernsehbeiträge die Astrologie sehr dazwischengenommen als Pseudowissenschaft und was kann sie jetzt wirklich tun? Und so ist dann ja die Frage, wie kann man das? Die Frage ist, warum wird das so ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt? Ja, es gibt Menschen, die nennen sie Scharlatane oder die ihre Macht missbrauchen, indem sie Menschen manipulieren und es alleine darauf abgesehen haben, auch wieder ihren Gewinn zu maximieren. Auch auf die Gefahr hin, dass andere Menschen daran kaputt gehen können. Das gibt es aber in allen Bereichen, das gibt es in allen Lebensbereichen. Es wird sich jetzt so sehr darauf konzentriert, das was nicht sein darf, weil es nicht wissenschaftlich belegbar ist, dass das nicht sein kann oder sein darf. Und das ist für viele Menschen, glaube ich, dadurch, dass sich jetzt einige hinstellen, bekannt, also Berühmtheiten, Bekanntheiten, wie auch immer, das Thema aufgreifen. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit, weil das eine Form auch von Meinungsbildung ist. Das wird dann so hingestellt, aber es wird wenig hinterfragt, was die Beiträge jetzt sagen oder können. Und es ist ein Riesenfeld, der Bereich der geistigen Arbeit, der astrologischen Arbeit, der medialen Arbeit. Es ist ein Riesenfeld. Warum, frage ich mich, gibt es das denn seit Jahrtausenden? Warum? Und es ist immer versteckt. Immer ist es irgendwie versteckt oder es darf nicht sein oder das ist was Geheimnisvolles. Mystisches, genau. Aber soweit ich ja von der Astrologie auch weiß, ist ja, dass es früher auch die Könige oder Kaiser genutzt haben und dass es kein anderer nutzen durfte, weil dann hätten die Menschen ja vielleicht gemacht, was sie wollten und wären vielleicht viel aufsässiger gewesen und hätten vielleicht viel mehr hinterfragt. Ja. Oder? Ja, mit Sicherheit. Na doch, das, was da jetzt historisch war, was historisch ist, was heute ist, ist ja das Wichtigste. Und es wird viel von Meinungsfreiheit gesprochen, aber es gibt bestimmte Sachen, die sehr stark reguliert werden und die werden dann, weil es politisch oder juristisch irgendwie vorgegeben wird, werden die dann als Tatsache hingenommen, ohne das tatsächlich zu erforschen oder zu fragen oder zu gucken, was kann das denn? Und da ist dann ja auch die Frage, das heißt ja auch immer, wer hilft hat Recht oder wer heilt hat Recht im Endeffekt, wenn doch die Begegnung mit einem Menschen, der medial arbeitet oder der geistig arbeitet oder der astrologisch arbeitet, mir hilft mein Leben in den Griff zu bekommen, mir hilft eine glückliche Beziehung zu mir selber, damit auch zu meinem Partner, meiner Partnerin aufzubauen, meine Kinder annehmen zu können, unterstützen zu können in ihrer Entwicklung. Was kann daran falsch sein, frage ich mich. Und ja, es bleibt immer dieses, es gibt schwarze Schafe, aber die gibt es überall. Die gibt es in jedem Arbeitsbereich. Es gibt immer welche, die am Hebel sitzen, am Drücker sitzen und das für sich ausnutzen. Und das ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, wo wir jetzt auch keine Lösung oder keine klare Antwort für geben können. Ne, wir tauschen ja Gedanken aus. Und ich glaube, die Gedanken, die wir austauschen, die haben viele andere Menschen vielleicht auch, trauen sich gar nicht, darüber zu reden. Und mir geht es oft so, wenn ich mir Gedanken mache und ich höre mir dann mal den einen oder anderen Podcast an und finde dann da meine eigenen Gedanken auch wieder, dass ich immer denke, so, dann denkt da noch jemand so. Also mir ist es dann oft eine Beruhigung. Und deshalb sage ich, wir tauschen ja jetzt nur Gedanken aus und es geht hier gar nicht um eine Meinung. Aber ich finde, wir dürfen uns ja Fragen stellen im Leben. Wir dürfen ja Fragen einfach in uns haben. Und hast du eine Frage in dir, die dich immer und immer wieder beschäftigt? Gibt es da was? Also es ist bei mir schon die Frage nach dem Sinn. Also was macht Sinn für mich? Das hat schon mit mir zu tun. Es hat aber auch immer was Kollektives. Also es ist bei mir so ein Mischmasch aus, darf ich das dann? Also schnell auch ein Gewissen, schlechtes Gewissen vielleicht, ob ich damit irgendwem anderen schade oder nicht. Aber es geht schon nahe, also die Frage nach dem Sinn und auch in dem Zusammenhang, was hat Gott sich dabei gedacht? Da waren wir jetzt ja vorhin auch so. Ist das eine kollektive Frage oder ist das eine individuelle Frage? Oder ist bedingt das eine das andere? Also geht es wirklich für jeden Einzelnen darum, für sich sein Licht zu finden oder seinen Weg zu finden und seinen Weg zu gehen? Geht das primär darum, sich dabei auf sich selber zu konzentrieren? Was ja im Grunde der Esoterik, es wird ja so als egoistische Schiene nachgesagt, weil sich alles nur um sich selber kreist. Aber wir merken ja auch, wenn man die Esoterik verteufelt und sagt, das ist alles nur Humbug oder egal was, was für Machenschaften da nachgesagt werden, ist ja die Frage, wäre es nicht hilfreich, wenn sich mehr Menschen primär um sich selber kümmern würden, um bessere Menschen im Sinne von zufriedenere Wesenheiten zu sein, die nicht darauf aus sind, dem Nachbarn was wegzunehmen oder auf dem Rücken anderer Nationen irgendwie Reichtum anzuhäufen. Das wird immer so auch gerne, wo es wie gebraucht wird, benutzt, um zu sagen, naja, aber du musst das Ganze sehen, du musst das Kollektiv sehen. Du bist Teil, du bist Bürger eines Landes und dementsprechend musst du dich da einfügen. Also es ist ja ein enorm weites Feld, merke ich auch. Also. Wir können jetzt wirklich in sehr, sehr viele Ebenen abtauchen. Und da würde ich jetzt gern für mich einfach sagen, ich wünsche mir, und das ist das, was ich mehr und mehr mache und mehr und mehr für mich herausgefunden habe, dass ich einzelnen Menschen helfen kann, sich selber besser zu verstehen. Und mein Hilfsmittel, mein Werkzeug ist Astrologie. Und wenn das hilft, dass Menschen sich selber besser erkennen, ihre Stärken erkennen, auch erkennen, warum sie an bestimmten Posten oder bestimmten Positionen in ihrem Leben Anecken oder Schwierigkeiten haben, wenn sie das als, nennen es Schwäche oder Herausforderung, erkennen und dann da gezielt dran arbeiten, dann bin ich damit sehr viel zufriedener, als dass ich jetzt halt eine riesen Zuschauer- oder Zuhörerschaft hätte auf einmal und eine Keynote halte für ein allgemeines Thema, sondern ich glaube, wir können durch so ein Format wie hier anregen, nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass Menschen dann für sich selber sich auf den Weg machen, dass sie lernen, sich von der Meinung anderer freier zu machen, um ihren Weg zu finden. Weil da bin ich dann auch 100 Prozent von überzeugt, je zufriedener der einzelne Mensch ist, umso weniger Grund gibt es dafür, Streit mit anderen zu suchen oder gar Kriege zu führen und das nur noch mal ganz kurz anzureißen. Ja, war jetzt so viel drin in dem, was du gesagt hast. Wenn ich als Menschenseele, als Kind, also so war es bei mir auf jeden Fall, meine Eltern haben mich großgezogen, so wie sie es für gut gehalten haben. Und später habe ich gemerkt, na ja, viele Sachen waren für mich nicht gut. Also die haben mir nicht so gut getan. Und wie gehst du dann damit um? Und warum sind wir hier auf der Erde? Und wie können wir uns stärken? Und wie können wir wachsen? Das sind ja erst mal Gedanken. Also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich kam mir einfach nur immer falsch vor, weil ich nicht das gefühlt habe, was andere gefühlt haben. Ich habe auch nicht das gefühlt, wenn meine Eltern gesagt haben, das und das ist gut. Dann hatte ich oft in mir, aber ich fühle gar nicht, dass sich das gut anfühlt. Und warum kann das richtig sein, wenn sich etwas nicht gut anfühlt? Ja. Und dann nimmt das Leben ja so seinen Lauf und dann passieren ja viele Dinge, von denen wir denken, die sind gut, aber sie sind gar nicht so gut und tun selber auch gar nicht gut. Und dann machen wir uns ja auf eine Reise und lernen, ja, was tut denn gut? Und wie kann es uns denn besser gehen? Und wie können wir zufrieden gehen? Und da habe ich mich auch oft gefragt, was das wohl für einen Sinn hat, dass wir ja eigentlich alle als Menschen diese Schleife erleben und dass wir alle als Menschen Phasen haben, wo wir sagen, nee, unsere Eltern haben uns das beigebracht. Wir haben das angenommen. Wir wollten das so weiterleben, aber an irgendeiner Stelle ist es vorbei. Da fühlen wir, da können wir es gar nicht so annehmen. Ja. Und wenn du sagst, dass du Menschen unterstützen willst, damit sie ein gutes Leben haben, ein zufriedenes Leben haben und auch das finden, was Spaß macht, dann muss es ja auch was geben, was Heilung bringt von all den Dingen. Also es geht ja kein Mensch hin und sagt, ah ja, super, alles quergelaufen, mache ich das mal anders, sondern da sind ja Wunden entstanden. Und da sind ja viele Themen draus entstanden, wo wir sagen können, also ich glaube, ich kann das sagen, du kannst das glaube ich auch gut sagen, hey, das hat Autsch gemacht, da muss ich mich erst mal ein bisschen von erholen. Und da habe ich dann für mich festgestellt, dass die Arbeit mit der geistigen Welt, die Heilarbeit, die Energiearbeit, die Arbeit war, die mir am meisten geholfen hat. Die Medizin konnte mir nicht helfen. Laut der Medizin war ich immer völlig okay und in Ordnung, aber ich fühlte mich nicht gut. Ja. Also bin ich abgestempelt worden mit irgendwas und ich fühlte mich wieder nicht gut, weil ich mich nicht ernst genommen fühlte und ich habe mich ja so gefühlt. Also und dann kommt jemand von außen und sagt, nee, kann nicht sein, du bist aber gesund. Du kannst dich nicht so fühlen. Und das haben ja viele Menschen, die zu uns kommen oder die auch zu mir kommen, die das auch durchlebt haben, wo ich heute sagen kann, ja, das sind ganz sensible Menschen, hochsensibel oder Menschen, die Lichtwesen, sage ich dazu, die einfach auch schauen können, okay, wie kommen sie hier auf der Erde zurecht und wie können die ihrer Seelenaufgabe nachgehen und ganz bodenständig hier das, was so ganz tief in der Seele ist, was raus will, ja, wie können sie damit arbeiten und wie können sie anderen Menschen helfen. Und das macht ja auch jeder, jede Seele auf die eigene Art und Weise. Manche Seele erkennt dann, okay, das macht mir voll viel Freude, das finde ich super, ich will das in der Form machen. Na, du hast dich für Astrologie entschieden, na, da bist du total begeistert. Und ich kann gar nicht sagen, dass es nur Astrologie ist. Also bei mir ist es wirklich die geistige Welt, Astrologie, Human Design und die systemische Arbeit. In jedem Job, in dem ich war, habe ich erst mal angefangen zu ordnen und zu sortieren. und so mache ich das ja auch, wenn Menschen zu mir kommen, dann ordne und sortiere ich erst mal, damit überhaupt ein Zustand da ist, dass man von da aus weitergehen kann. Und dann habe ich mich wieder gefragt, wo ist der Sinn? Wie können wir das alles zusammenbringen? Und ich bin ja hingegangen, die letzten vier Jahre oder fünf Jahre, ich weiß gar nicht, dass ich angefangen habe, Karten-Sets zu entwerfen. Weil ich wollte lernen, wollte Erinnerungen haben im Kopf. Und ein Buch ist für mich was anderes als ein Karten-Set, weil die Karten kannst du dir hinlegen, die kannst du auch wieder gut sortieren, die Karten. Und mit einem Buch kannst du das nicht so machen. Und dann bin ich hingegangen, habe Astrologie-Karten gemacht, habe Human-Design-Karten gemacht, habe Engel-Karten gemacht. Und dann habe ich die ja in diesem System alle mal so hingelegt, dass ich gesehen habe, boah, da hat sich Gott aber ganz gut was beigedacht. Und wenn wir jetzt Human-Design nehmen, das hat Ra abgerufen. Er kann ja nur was abrufen, was da ist. Also hat er super klasse gemacht. Auch das hat ein System, dass das zur Astrologie und zur Arbeit mit der geistigen Welt passt. Und ich bin dann hingegangen und habe ja die Ausbildung entworfen, weil ich das System dann so klasse fand, was Gott sich dabei gedacht hat, was Menschen auch daraus gemacht haben, dass ich überlegt habe, hey, wie kann ich das zusammenführen? Wie kann ich das lehren? Wie kann ich Menschen ausbilden und Menschen auch unterstützen, ihre Kraft, Gabe und Qualität zu leben? Und so haben sich ja die ganzen Fragen, was wir jetzt bearbeitet haben. Und ich glaube, das hat ja jeder schon mitbekommen, dass wir von Herzkanal, die Reise vom Kopf zum Herzen ist ja die erleuchtendste Reise. Und wenn wir angekommen sind oder uns angekommen fühlen, geht es ja immer weiter. Also die Reise geht ja immer weiter. Und dass wir eine Ausbildung machen, also du und ich gemeinsam, wo du deinen Spaß und deine Freude zu beitragen kannst und ich mein Spaß, meine Freude und wir unser Wissen so gebündelt haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich fand, was du gerade eben gesagt hast, die Ordnung, auch die göttliche Ordnung, die in allem ist, ist ja glaube ich auch das, wonach viele Menschen suchen, bewusst oder unbewusst. Also nach einer Orientierungshilfe, nach dem roten Faden, den du vorhin auch genannt hast. Also irgendwas, wo du einfach weißt, warum passiert das jetzt oder wo steckt da der Sinn dahinter. Und es ist ja schon in der göttlichen Ordnung, da gibt es gewisse Zyklen, also wiederkehrende Themen, die immer wieder aufkommen. Dementsprechend gibt es eine gewisse Rhythmik auch da drin. Also auch bei den Umlaufzeiten der Planeten ist das ja von bis, also von 28 Tage bis 284 Jahre. Das ist einmal, das ist ja unterschiedlich vom Mond bis Pluto, sind da ja ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten auch dahinter. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist für Menschen, ihren eigenen Rhythmus zu finden, in dem Ganzen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Technik an einem vorbeigaloppiert, wo man häufig Schwierigkeiten hat, Schritt zu halten mit der Entwicklung, in einem selbst, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, plus im weltweiten Netz, also im Internet, plus darf ich glauben, muss ich glauben. Also all diese vielen, vielen Fragen führen ja am Ende zu einem selber zurück, dass man gucken muss, okay, was ist eigentlich mit mir? Was will ich eigentlich? Oder was ist mein Platz hier im Leben? Und da passt dann ja ganz gut, seinen Rhythmus zu erkennen. Und daher finde ich auch wichtig, in dem, was du tust, in dem, was ich tue, dass wir niemandem eine Schablone überdrücken, sondern eher, dass unser Ziel ist, Menschen darin zu unterstützen, genau das für sich herauszufinden, ihren Weg zu gehen, in den Anlagen, die sie mitbringen. Also ich finde, wir müssen glauben. Für mich muss, aber an uns selber. Jeder Mensch muss an sich glauben, an seine lichtvolle Seite und wirklich auch an die Liebe, die einmal durch uns durchfließen kann und die wir auch geben können. Und mit dieser Liebe, dass wir so machtvolles erreichen können mit der Liebe. Und ich meine jetzt hier die Macht der Liebe. Das Wort Macht triggert ja viele auch im Schatten an. Und deshalb ist Glauben an mich selbst super wichtig. Und viele Menschen, die zu mir kommen, haben den Glauben an sich selbst verloren. Also die glauben an die geistige Welt, an die Engel, aber die glauben nicht an sich. Und das ist ja ein ganz großer Faktor, der einfach stimmen muss. Die Podcast-Folge hat einen total anderen Verlauf genommen. Und ich hätte noch so viele Themen im Kopf jetzt dazu. Kannst du dir die aufschreiben? Was hast du noch für Themen? Also es ist komplett anders geworden, als ich das wollte. Also gerade in Bezug auf Glauben ist ja dann auch wieder, du darfst nicht an eine Pseudowissenschaft, die Astrologie glauben. Du sollst aber an einen christlichen Gott glauben oder du sollst an einen muslimischen Gott glauben oder du sollst an einen hinduistischen oder buddhistischen Gottheit oder an einen Gott glauben. Also das ist ja, die Religion ist ja eine der größten, also das ist ja mit das, was zu den meisten Kriegen auf der Welt heute noch führt. Und auch das will ich niemandem absprechen, seinen Glauben zu haben, um Gottes Willen. Genau, um Gottes Willen möchte ich das nicht. Aber es hat ja schon was Paradoxes auch, dass wir in Deutschland unser Kalender, unsere Feiertage, wir sind ja gerade am Ende eines Monats oder am Anfang eines Monats nach, nachdem wir im Mai sehr viele Feiertage hatten dieses Jahr, so sehr geballt alles da drin war. das sind alles christliche Feiertage, die wir gerade Arbeitnehmer sehr gerne mitnehmen, weil es dann einfach zu Brückenwochenenden führt. Ich finde die nicht so toll. Nein, nein, klar, als Arbeitgeber nicht. Und auch da, der Hintergrund davon wird nicht gelebt. Und das ist das. Also es wird politisch, werden Dinge infrage gestellt, die wissenschaftlich nicht erwiesen sind. Es wird der christliche Glaube hochgehalten, in diesem Land die Feiertage werden beibehalten. Da wäre ein Riesenaufschrei, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, wir machen gar keine religiösen Feiertage mehr über das ganze Jahr, weil zu viele Glaubensrichtungen mittlerweile ja auch in diesem Land leben. Gerecht wäre ja, man müsste für alle was machen und dann hätten wir jeden Tag einen Feiertag wahrscheinlich und bräuchten gar nichts mehr. Aber soll ich dir was sagen? Weißt du, solche Gedanken kommen mir gerade, wie das alles zusammenhängt und wie paradox das ist zu sagen, auf der einen Seite werden Glaubensrichtungen oder Überzeugungen, sowas wie Erfahrenswissenschaften, wie Astrologie als Schwachsinn hingestellt und auf der anderen Seite wird pseudomäßig dann auch ein Glauben aufrecht gehalten und da komme ich nicht ganz klar drauf. Also warum das eine dann aber auch nicht konsequent durchgeführt wird, sondern es wird an den Feiertagen festgehalten und deshalb meine ich, ich will das jetzt gar nicht zu sehr ausweiten. Ich wollte mir auch... Aber es sind viele Punkte angeregt, die aus diesem Thema, aus dem Podcast heute, was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, dass wir zwei hier heute sitzen. Ja, das frage ich mich auch. Also gleich, wenn Mikro und die Kamera aus ist, da frage ich auch mal, hey, was hast du dir dabei gedacht, was wir hier jetzt machen? Ich wollte mir eigentlich Feiertag aufschreiben und habe Feierabend geschrieben. Deshalb musste ich so lachen. Aber apropos Feiertag, also Feiertag heißt ja das, was du erzählt hast, dass man als Arbeitnehmer frei hat. Feiertag. Mir kam aber in den Sinn, ja, ein Feiertag ist so, jeder Tag, auf dem wir hier auf der Erde sind, jetzt ist ein absoluter Feiertag, weil wir uns glücklich schätzen dürfen, einfach hier zu sein. Und wenn du glücklich bist auf deiner Erdenreise hier und du hast Menschen um dich herum, die auch dazu beitragen, dass du glücklich bist, dann ist jeder Tag ein Feiertag. und so würde ich das gerne sehen und so würde ich das auch gerne im höheren Sinn sehen. Ich finde das schon toll, wenn ich morgens aufwache und dann oft auch denke, hey, vielen Dank, Gott, ich bin hier auf der Erde und heute ist ein schöner Tag und heute, ja, gib mir schöne Erlebnisse, aus denen ich gut lernen kann. Und wenn ich abends einschlafe, dann mache ich das genauso. Dann sage ich, danke für den Tag, gehe kurz durch, was habe ich erlebt. Manchmal nehme ich Themen mit in den Schlaf und ich versuche, aber Themen eben nicht mit in den Schlaf zu nehmen, gelingt mir nicht immer. Und deshalb ist jeder Tag ein Feiertag für mich. Das waren eigentlich meine Gedanken, als du gesprochen hast und ich habe auch Feierabend aufgeschrieben. Ja, Podcast. Also unsere Gespräche sind ja oft so, wenn wir philosophieren, meistens auch am Frühstückstisch, wo wir schon oft gesagt haben, okay, wir müssten im Grunde genommen immer ein Mikro laufen haben, weil da könnte man echt was Gutes draus machen. Am Frühstückstisch die Kamera eher nicht. Nee, bei mir, bei mir nicht. Auf jeden Fall. Und ja, was hat Gott sich dabei gedacht? Manchmal wissen wir den Sinn, manchmal wissen wir den Sinn eben nicht und dürfen uns ein bisschen auf die Suche machen. Alles im Leben ist ja entweder Licht oder Schatten und so können wir ja sortieren. Es gibt Menschen, die glauben ja auch an nichts, aber das sind ja auch Menschen, die haben ja Gefühle. Die fühlen sich gut oder die fühlen sich schlecht. Und darum geht es ja. Es geht ja darum auch, was kannst du tun, damit du dich gut fühlst? Und wenn du dich schlecht fühlst, warum fühlst du dich schlecht? Wie ist es dazu gekommen und was kannst du tun, damit Heilung auch kommen kann? Und ich muss es einfach auch kurz sagen, dass es eine Ausbildung gibt, die im Oktober beginnt, eine Jahresausbildung, Spirit Light Expert, wo du als Astrologe, als Gastdozent da bist, dabei bist und lehrst. Und dass wir wirklich ganz viel Wissen auch vermitteln, bodenständig und geistig. Und ja, du damit arbeiten kannst. Ich weiß, dass die Podcast-Folge völlig anders war. Aber wenn du dich dafür interessierst, schreib uns gerne an und du kannst auf unserer Internetseite auch darüber lesen, über die Ausbildung. Und vielleicht kennst du die Gedanken, die wir gerade hatten. Vielleicht machst du dir um dieses komplexe Leben mit allem, was da noch so nebenher geht, auch Gedanken. Und du hast einen Wunsch, ein guter Beitrag für die Welt zu sein und dass du dazu beitragen willst, dass die Menschen sich einfach viel besser fühlen. Dann sind wir von Herzkanal auf jeden Fall für dich da. Und wir hoffen, du denkst dann an uns. Ja, ich freue mich auch drauf. Also als du die Idee hattest dazu und als wir gemeinsam so den Lehrplan ausgearbeitet haben, sind auf jeden Fall ganz, ganz tolle. Also jeder Lernblock für sich ist eigen. Und ich bin froh und dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf. Ja, schön. Hast du noch eine Idee oder hast du noch was? Du hast ja auch Notizen gemacht. Ach, ging vorhin auch. Ich will jetzt nicht alles neu aufrollen, aber es passt auch, passt eigentlich zu jeder Zeit. Dieses vielleicht so Schuldgefühl, was wir als Menschen kriegen. Also du musst ein sinnvoller oder wertvoller Beitrag oder Teil der Gesellschaft sein. Was ist das? Also wann wird einem Leben wertbeigemessen? Also welche Tätigkeit übst du aus? Liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, was für wen gerade Wert oder Sinn hat. Und das führt ja häufig dazu, dass viele Menschen Tätigkeiten nachgehen, die auch nicht sie selber erfüllen, sondern ihnen wird beigebracht, das muss getan werden, das musst du jetzt machen. Und das ist ja auch so. Es gibt ja bestimmte Bereiche, ohne die eine Gesellschaft nicht tragfähig wäre. Ich habe da einen guten Tipp für. Ja. Ich habe da einen guten Tipp für. Das muss Spaß machen. Ja. Und das muss Freude machen. Und das ist das Einzige, was... Es gibt Handwerker, die so einen Spaß und Freude haben an ihrem Beruf und so viele Menschen, die das dann auch ätzend finden. Also das, was du machst, musst du mit Freude tun. Ja. Da bin ich absolut bei dir. Nur es ist einfach so. Also die Summe der Menschen ist ja nicht ganz bei sich oder nicht total in ihrer Freude. Sonst würde es ja nicht so viel Unstimmigkeiten geben. Sonst gäbe es nicht so viel Ungleichgewicht auf der Welt oder auch in unserem Land. Ratter, Ratter, Ratter. Wir reißen uns zusammen, immer was geht. Ja, doch, da hat es ja vorhin gesagt, es geht darum, dass viele Menschen den eigenen Wert nicht kennen oder unter ihren Möglichkeiten leben, sind, arbeiten, weil sie gar nicht wissen, wie wertvoll sie tatsächlich sind. Und auch das ist ja unser Ziel. die Reise vom Kopf zum Herzen ist ja tatsächlich zu sagen, ich denke, ich bin nichts wert, aber im Herzen irgendwo wissen wir alle, wie wertvoll wir sind. Also wenn man den Weg schafft und sich auf den Weg macht, dann erkennt man ja in seinem Herzen, worum es wirklich geht. Auf jeden Fall. Und man erkennt dann auch, dass es ohne den Kopf auch nicht geht. Also die Verbindung, darum geht es ja eher zu sagen, Kopf und Herz in Einklang zu bringen oder wenigstens harmonisch miteinander coexistieren lassen zu können. Idealerweise dann auch im Gleichklang. Das wäre das, wo wir gut drauf hinarbeiten können. Sollen wir mal ein Ende machen mit der Podcast-Folge? Und ich habe auch noch, wir können die nächste Folge, hätten wir ja eigentlich schon, weil so viele Themen dabei waren. Also ihr Lieben, macht's gut. Wir freuen uns, wenn du die Podcast-Folge bei YouTube hörst. Dann drück auf Abonnieren, dann verpasst du nichts. Das war heute mal eine besondere Folge, die von hier nach da, von da nach hier ging. Aber wir wünschen uns, dass du den Sinn verstanden hast. Und ich bin überzeugt davon, dass du auch manchmal so kuriose Kreuzquer-Dinger im Kopf hast. Und wenn du den Podcast bei Apple oder Spotify hörst, freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder vielleicht die Folge mit jemandem teilst, wo du sagst, hey, das ist doch ein tolles Thema. Da kann der oder diejenige einfach mal reinhören. Ansonsten mach's gut. Lass uns gemeinsam strahlen. Deine Alexandra und Armin, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020